Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabian. Muss ich jetzt zum Glück überhaupt nicht in der Post übereinanderlegen, die drei creepy Chows. Schön ASMR, Chowie. Ich hab's mir schon so oft überlegt, weil eigentlich, ich finde ASMR vom Ding her interessant, weil es ein extremer Fokus auf Sound ist. So, wir haben mal eine ASMR-Folge gemacht. Wir machen mal eine ASMR-Folge. Ja, aber ich auch dafür. Und dann hört man auch, wie mein Bart langsam übers Mikrofon streichelt. Ich hab einen Pop-Shots. Wir sind überhaupt keine Freakos oder so. Einfach ganz normale Leute. Wir sind einfach Medibiltos. Jeder Medibiltos ist irgendwie ein Nerd. Also, wenn jemand in dem Bereich nicht so ist, dann weiß ich's auch nicht. Wir haben halt über Star Wars geredet. Und wie der Sound von Chewbacca entstanden ist. Ja, aber das ist auch geil. Ja schon, aber es ist auch irgendwie nerdig. Aber es ist auch geil. Ich hab ein richtig geiles Video gesehen, auch auf YouTube. Da gibt's einen Typen, der mit einer, wie heißt das, mit einer Getränkedose, einer Limo-Dose, Sounds erschaffen will für ein Videospiel, für einen Ego-Shooter. Das heißt, der schneidet die dann auf, den Soundverwendeter. Teilweise hat er halt irgendwelche Sachen in die Dose geworfen und geschüttelt. Oder er schrammt damit über irgendwelche anderen Objekte. Und durch seinen Schnitt und die Bearbeitung, die er halt verwendet einfach, klingt das einfach, also der holt einfach einen Sound raus, der klingt wie ein Maschinengewehr aus dieser Dose. Der muss natürlich in der Post dann mehr machen, ist klar. Aber mit Hilfe von einer Getränkedose macht er halt einfach einen kompletten Soundtrack für ein Videospiel. Der Typ ist irre. Er fixt das in der Dose. So fix in den Post. Nein. Ihr sollt nicht mit Live-Musik filmen. Wir können das nicht rausschneiden. Ja, ach, mach das in der Post. Nein. Das ist immer das Schönste, wenn man irgendwie Gespräche aufnimmt und im Hintergrund ist dann irgendwie Sound zu hören, Musik zu hören oder sowas. Ey, Leute, ausmachen. Wir haben nicht die Rechte dafür. Ja, genau. Und so, ja, kannst du das nicht in der Post rausschneiden? Noch irgendwie so ein... So während der Game of Thrones-Folge. So gerade den Starbucks-Becher weggeworfen. So, Alter, könnt ihr nicht aufpassen. Continuity. Dann sagt er, call me maybe. Kleiner Lifehack an der Stelle. Solltet ihr tatsächlich mal den Fall haben, dass ihr eine Sprachspur habt und drunter eine Musikspur. Und ihr wollt die Musikspur loswerden, könnt ihr es unter anderem so machen, wenn ihr die Musik als einzelne Spur nochmal habt. Also zum Beispiel, ihr habt jemanden, der gibt ein Interview und drunter liegt, call me maybe. Hey, I just met you. So, dann holt ihr euch das Lied, legt es auf eine andere Spur, macht eine Phasenumkehrung und versucht es dann eins zu eins übereinander zu matchen. Also dass es wirklich möglichst framegenau übereinander liegt, weil dann funktioniert es häufig, dass man zumindest einen großen Teil von der Musik rausfiltern kann. Und dann noch die Frequenzen anpassen. Ja, fuck, ja. Kannst du das nochmal erklären, wie man das genau macht? Weil ich glaube, das weiß jetzt, glaube ich, nicht jeder. Okay. Willst du nur einfach Chaui ins Mikrofon halten gerade? Ja, aber ich will auch, dass du es erklärst. Okay, also. Ihr stellt euch vor, ihr habt ein Interview aufgenommen mit dem Fabi. Und im Hintergrund liegt an dem Radio gerade der Song Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. Heißt die so? Ich bin gerade saubereindruckt von mir selbst, wenn die so heißt. Und ihr denkt euch im Nachhinein, fuck, man hört im Hintergrund das Lied. Ich habe die Rechte nicht dafür und ich will es nicht hören. Was macht ihr dann? Ihr nehmt die Audiospur, wo Interview und Musik zusammen sind, auf Spurkanal 1. Dann nehmt ihr auf Spurkanal 2 das ursprüngliche Lied. Also das eben Call Me Maybe. Und ihr versucht dann, die genau übereinander zu legen. Also das Spur 1 und Spur 2, dass die Musik genau übereinander liegt. Und wenn ihr dann nämlich bei der zweiten Spur, wo nur die Musik drauf ist, die Phase umkehrt, dann klingt es an sich immer noch... Das meinte ich eigentlich, wie macht man das? Ja, das ist in jedem Schnittprogramm ein bisschen anders. Du gehst meistens halt in den... Recht im Haus, sagst du, Phase umkehren. Bei manchen Programmen gibt es einfach Rechtsklick, Phase umkehren bei Audiospuren. Teilweise musst du es im Audio-Mischer machen. Aber das ist eine von den Basic-Funktionen. Was du bei Phase umkehren machst, ist, dass überall, wo du eigentlich einen Überdruck hast, wird dann ein Unterdruck draus. Und überall, wo du einen Unterdruck hast, wird ein Überdruck draus. Und wenn du einen Überdruck hast von, keine Ahnung, 2 Pascal und einen Unterdruck von 2 Pascal, also plus 2, minus 2, dann gleicht sich das aus und ist auf 0. Und genauso ist es dann bei Sounds, wenn du eben die Phase umkehrst, dann wird der Sound rausgezogen quasi. Dann gleicht er sich aus und wird genullt. Natürlich, wie der Johannes schon gesagt hat, solltest du dann eben auch mit einem Equalizer die Frequenzen möglichst so anpassen, dass es übereinstimmt. Weil wenn im einen Sound, also bei Audiospur 1 zum Beispiel, die Bässe voll betont sind und in Audiospur 2 nicht, dann passen natürlich die Frequenzen wieder nicht übereinander und dann gleicht sich das eben wieder nicht aus. In dem Beispiel die Bässe fast gar nicht betonen, weil es ja im Hintergrund im Radio läuft. Genau. Genau, aber wir haben gelernt, 2 Pascal und 2 Pascal ergibt einen Johannes. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Das ist ... Ich glaube, es wird Zeit. Ich wollte eigentlich noch so ein gutes Star-Wars-Soundbeispiel vorhin bringen, was ich in der eigentlichen Folge nicht konnte. Der kann man machen. Aber ich mache noch. Und zwar bei Star Wars Episode 2. Star Wars Episode 2, da gibt es eine Szene, wo Obi-Wan Kenobi, jetzt kommen die Nerds rein, wo Obi-Wan Kenobi gerade mit seinem Raumschiff halt irgendwie durch die Gegend cruist und verfolgt wird von Django Fett, von dem Kopfgeldjäger. Und der Kopfgeldjäger hat so, ich glaube, seismische Bomben heißen die. Mega geiler Soundeffekt auch wieder. Weil du siehst, wie sie fliegen, dann siehst du die Explosion schon, du hörst den Sound aber noch nicht. Bis dann die Explosionswelle quasi dahin kommt, wo die Kamera wäre. Du siehst auch richtig, wie diese Explosionswelle auf dich zugefahren kommt. Und dann hörst du so einen so einen Twang-Sound. Und das ist auch richtig geil vom Sounddesign her. Weil das ist auch wieder für so eine Sekunde oder zwei ist so Stille. Und dann kommt erst diese Welle auf dich zu. Ja, so Twang. Weißt du, wie der gemacht wurde? Das weiß ich tatsächlich nicht. Eigentlich ein bisschen schwach. Aber so wie es klingt, weil also Twang ist ja so ein Begriff. Das habe ich selber gemacht. Weil so ein Twang-Sound, so werden Gitarren bezeichnet, die halt genau so klingen. Also dieses so ein bisschen nasal und so Twang eben. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die das irgendwie so gemacht haben, halt mit einer Stahlseite oder mit einem Instrument, was sie halt angeschlagen haben, was eben sehr so Twangy klingt. Und das ist echt ein Begriff. Mir sagt das überhaupt nichts. Twang ist ein Begriff. Twang ist ein Begriff. Das ist halt so ein Twang-Sound. Kennt man, ne? Gitarre. Ja, wenn du Gitarre-Twang, warte, ich google das jetzt mal nebenbei, nicht, dass ich... Doch, Twang-Gitarre, ja, ja. Aber auch sobald oder irgendwie, hör dir ein Video an und du weißt sofort, was Gitarre-Twang ist. Mag ich meistens überhaupt nicht. Aber bei einer seismischen Bombe hat es ganz gut gepasst. Bei einer seismischen Bombe hat es gut gepasst. Ist echt... Schaut euch das an. Warte, ich schau mal, ob ihr das, wenn ihr es googelt, ob ihr es auch findet. Aber wenn ihr bei YouTube... Wenn ihr bei YouTube googelt, also wenn ihr YouTubelt quasi, wenn ihr Star Wars Seismic... Seismic Bombs, okay. Ja, da kommt auch direkt Obi-Wan Kenobi. Ja, Seismic Charge oder Seismic Bomb heißen. Können wir in der Podcast-Folge, in der Beschreibung einfach nur schreiben. Punkt, Punkt, Punkt. Mag ich eigentlich nicht. Aber bei seismischen Bomben hat es mir gut gefallen. Aber das Ding ist, wir müssen doch... Titel und Beschreibung von unserem Podcast müssen wir doch SEO optimieren. Ist das für Folge selber oder für allgemein? Ich meine jetzt nur für die Folge jetzt. Ja, ja, auch für... Na klar, wir wollen auch mit den Folgen gefunden werden. Hast du das auch alles? Ein bisschen halt. Ganz, ganz basic, ja. Aber ich finde übrigens, SEO optimiert, finde ich ein furchtbares Wort. Weil eigentlich ist es ja nur SEO optimiert. Also weil das O ist ja Optimization. Ja, genau. Und ich finde es komisch, wenn du Suchmaschinen optimiert, Suchmaschinen optimierungsoptimiert. Ja. Wenn dann, es eh optimiert. Das ist genauso wie Footage-Material. Ja, ja, ja. Halt einfach deinen Maul, Mann. Oder was gibt es auch noch so für Klassiker? Hast du dir gerade dieses Eismisch- und Bombe angehört, Johannes? Oh ja. Oh ja. Jetzt muss gehört ab. Klassischer Twang-Sound. Hört ihr mal eine Twangy-Gitarre an? Ey, ich schaue jetzt mal bei Free Sound, ob ihr da was findet. Twang. Ey, ich schwöre, bei Free Sound hört man was mit Twang. Das ist jetzt übrigens, so wie ich mir das gerade vorstelle, ist all das, was ihr jetzt gerade hört, hier ist eine Bonus-Folge. Das ist eine Bonus-Folge, die an unsere Sound-Effekts-Folge drangehängt ist. Ich sage jetzt einfach mal die Zukunft voraus. Weil es ist ja nicht so, als würde ich die Videos hochladen. Fabi, du faule Sau. Und deswegen, diese Folge ist jetzt gerade eine Bonus-Folge, die läuft dann auch unter Folge, weiß nicht, 14.5 oder sowas. Und hier kriegt ihr jetzt den exklusiven Tipp, den nur die Leute hören, die 14.5 hören und nicht die, die direkt auf Folge 15 gehen. Geht auf freesound.org. Das ist eine Plattform, wo man kostenlos Sound-Effekts runterladen kann, die halt die Community hochgeladen hat. Ihr müsst nur schauen, unterschiedliche Lizenzen gibt es für die Sounds. Creative Commons kann man filtern. Also gebt einfach irgendwas ein und dann setzt ihr rechts den Filter Creative Commons und dann könnt ihr die Lizenz frei nutzen überall. Auch kommerziell. Genau. Kennt man, ne? Aber habe ich das nicht vorher schon gesagt? Ach, das war in der Folge, oder? Ja, ja. In der 14.0. Da hast du es erwähnt, ja. Ihr müsst nur schauen, weil Creative Commons gibt es ja auch unterschiedliche Rechte. Also es gibt Creative Commons mit Attribution, wo ihr quasi nennen müsst, von wem das ist. Das heißt, wenn ihr ein YouTube-Video habt und da habt ihr so ein Sound-Effekt oder mehrere, müsst ihr die dann alle nennen unten in der Beschreibung zum Beispiel oder so. Und wenn ihr Creative Commons 0 nehmt, diese Lizenz könnt ihr verwenden, ohne irgendjemanden zu nennen, ohne was zu zahlen, ohne sonst irgendwas einzugehen. Und wenn ihr das filtert nach Creative Commons und dann auf einen Sound-Effekt klickt, dann steht das eh gleich rechts da, ob das Creative Commons 0 ist. Aber erfahrungsgemäß sind es eigentlich die meisten. Ja. Und was bei Freesound, falls ihr das schon nutzen solltet oder jetzt dann ab unserem Tipp nutzt, was ihr da machen solltet, es ist eine Community, die lebt davon, dass die Leute Sachen hochladen. Also wenn ihr cool seid, Sachen darunter zu laden, dann seid auch noch cooler und ladet auch wieder Sachen hoch. Also wenn ihr irgendwann mal einen Sound-Effekt aufnehmt, ladet den gerne einfach hoch. Zum Beispiel einen Twang-Sound. Zum Beispiel einen Twang-Sound. Also so, ey, ich nehm morgen einfach nur, ich nehm ne Gitarre in die Hand und nehm einfach nur 50 Twang-Sounds auf und lad die hoch bei Freesound. Einfach nur, um's dir zu zeigen, Fabi. Hochgetwankt. Hochgetwankt. Meine Freundin twerk, ich twang. Wenn die Freundin twerkt mit nem Twang, dann wird gewankt. Okay, das wird rausgeschnitten. Eindeutig. Eindeutig rausgeschnitten. Plus, ich glaub, die Folge muss auch wieder auf explicit geschalten werden. Das ist so ein Ding, ich fühl mich... Twango untwankt. Twango untwankt. Warum darf man nicht fluchen, oder was? Doch, doch, man darf fluchen. Man muss dann nur die Folge als explicit markieren, oder man muss nicht. Keine Ahnung. Ich glaub eh, dass das nie jemand überprüft. Ich glaub, dass das einfach nur ist. Achtung, in dieser Folge werden auch böse Begriffe verwendet. Watch out. Bad boys coming. Ich glaub, es gab bisher, ich glaub, es gab bisher in allen Podcasts, die ich gemacht hab, nur einmal eine Folge, wo ich dann auch in der Beschreibung und auf Facebook überall einfach geschrieben hab, Mama, bitte hör dir diese Folge nicht an. Hier wird zu viel geflucht. Ich glaub, da ging's irgendwie um Politik, Trump, keine Ahnung, und da sind sehr viele Fickfuck-Hurensohn-Wichser gefallen und ich wollte nicht, dass meine Mutter denkt, dass ich so rede. Mama, falls du das hier hörst. Mama, wenn du bis hierhin gehört hast, dann wäre ich schon sehr erstaunt. War auch so eine Ausnahme. Na klar, die hockt jetzt zu Hause und denkt sich so, ja Twang, na klar, Twang, das kennt man doch, hör doch auf den Bub. Ich hab früher oft so Twango betanzt. Leute, schönste Bonus-Folge aller Zeiten, aber ich glaub, ich glaub, es driftet so langsam in den Irrsinn ab und ist auch absolut off-topic. Deswegen, danke meine Mäuse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die beste Folge mit und don't miss her. Ihr lieben Mäuse. Können wir Chaui noch mal hören? Ich bringe sie mal näher ran. Nicht ganz so nah? Ja. Ach komm, Chaui. Chaui, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Ich glaub, die Leute, die es nicht wissen, sind in den Zuhörer wird Chaui heißt die Katze von Fabi. Und mit dem Namen der Katze verabschieden wir euch auch wieder aus dieser schönen kleinen Bonus-Folge von Bild und Ton. Chaui. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.